so und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von heroes and generals world war 2 ich habe das spiel gerade neu installiert ich würde sagen ich habe einmal kurz eine runde angezockt ich würde sagen ja wir legen direkt los bevor das video startet könnte natürlich noch mal wie immer gerne ein like und ein abo da lassen da wir wissen support ist kein mord und ja ich muss sagen wir starten direkt ins video rein das muss man den ton leiser ständiger und stecke 1000 was machte was wartet er zu ok ich kann noch meine ansicht wechseln wusste es gar nicht ok k damit kann ich arbeiten da ist einer da ist einer was soll ich jetzt in jedem moment herum ach der ist verreckt hab ich natürlich auch nichts gegen wenn die gegner von selbst verreckend ist auch sehr gut habe ich weniger zu tun ist auch gut kommen wir hier da ist es gleich so mit dem band ist er hä ist hier ist kein a-doch da ist er damit kann man arbeiten damit kann man arbeiten gut das war es auch schon weiter geht's gott sei dank mit dem spiel die möglichkeit zu respawnen ja sonst wäre es jetzt schon sonst wäre das video schon zu ende höchstwahrscheinlich aber zum glück können wir respawnen wir sehen wir müssen uns gestern wir müssen uns gestern wir müssen uns gestern einzigen Schuss abgegeben das Fenster weg geht nicht hier ist ein Fahrrad und die Göln können wir es machen mit Kanzler tun wir es für alle Das ist vorhin auch hoch. Ui, Panzerfaust. Was ganz Feines. Egal, aber ich glaub nicht. Oh. Fuck. Spawn ist gleich da vorne. Oh. Fuck. Von wo? Von wo? Ah, da oben. Oh. Fuck. Von wo? Was ist da los mit der Scheiße? Von wo? Von wo? Von wo? Ah, jetzt. Was macht der da? Von wo? Ja. Von wo? 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 Kann ich ihm ins Knie schießen? Ne. Hä? Warte, ey, das ist Morbeter. Geil, er wär so njung. Digga. Der Nächste! Hm, irgendwo da unten scheint. Ich schieße mal aus dem Haus raus, wie's aussieht. Da. Ja, ne gescheite Warte hier nehmen. Damit sollten wir arbeiten können. Oh. Und wo denn? Hm? Nevermind. Ach, die sind im Haus drin, die Schweine. Jetzt seh ich's erst. Da in den Fenstern. Da glaub ich, ich weiß, ob das hier war. Hm. Anscheinend nicht mehr. Hm. Das sieht nicht gesund aus, wie der Dude hier liegt. Beziehungsweise er lag. Sieht nicht besonders gesund aus. Sieht nicht besonders gesund aus. Sieht nicht besonders gesund aus. Warum fahren Sie denn? Wo, von wo? Hm. Da oben. Ah, ja. Wie vorhin. Hier sind sie anscheinend auch. Ne. Oder? Unten ist keiner, das ist gut. Ist hier oben irgendwie Fenster? Kann man sich denn ducken? Also, müssen wir sie ganz hinlegen. Z. X. Hier mit Z. Hier. Steuerung und Z. Aufstehen. Z oder? Ja. Gewehr 34. Wie schmackt das so? Ah, jetzt. Kurze Schwierigkeiten gehabt, wie man erkennen konnte. Was geht denn da draußen ab, Digga? Ah, kann nichts draus. Ich will die Treppe nehmen. Was geht hier ab, Digga? Ja. Hm. Fahre mich an. Es ist sehr gut, seine eigenen T-Mails anzufahren. MashaAllah. Ach, das ist die gleiche Wacht, die ich schon habe. Ach so. Man zeigt ihnen die ganze Zeit eines der Dings, Medipack benutzen. Ich bin noch gar nicht verwundert. Ich bin noch gar nicht verwundert. Gut, Leute. Das war's dann von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch für immer gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut ran, Leute. Euer Fransche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.